Im Video erfahrt ihr, wie kleine und mittelständische Unternehmen schneller schweißen können und damit ihre Kosten senken können. Und was der Einstieg ins automatisierte Schweißen kostet. Megatronik hat erkannt, dass auch die kleineren und mittelständischen Unternehmen gezwungen sind zu automatisieren. Bedingt durch Kostendruck und den vorhandenen Fachkräftemangel. Die bisherigen Lösungen mit den Industrierobotern waren für diesen Kundenbereich zu kostenspielig und zu umständlich in der Handhabung. Mit dem Co-Welter kann ich verschiedenste Materialien verarbeiten. Ich kann Stahl, Chrom, Nickel, Aluminium verschweißen. Wir können Längsnähte machen, Rundennähte schweißen. Und wir setzen beide Schweißverfahren ein, sowohl MIG-MAC schweißen als auch das WG schweißen. Es lohnt sich schon, den Roboter ab 10 Bauteile einzusetzen. Natürlich brauchen Sie noch einen qualifizierten Schweißer, der das Eintietschen der Schweißnähte übernehmen kann. Und einen Platz von ca. 5 Quadratmetern. Wir hören immer wieder die Frage, wie viel höher ist die Produktivität des Co-Welters gegenüber des Handschweißens. Hier gibt es eine ganz klare Aussage von unserem Kunden Roland Kutz, Kutz Metallbau in Bad Doberan. Er sagt, er schweißt 2,5 bis 3 Mal schneller als sein Handschweißer. Das kommt daher, dass er die Bauteile in Vorrichtungen einspannt auf das Heften verzichtet, dadurch einfach die Rüstzeit nach unten setzt und durch das kontinuierliche Einlegen der Bauteile diese Zeiten herausholt. Wir haben 14 verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten beim Co-Welter. Sie können uns buchen, Sie können uns über die Internetseite buchen, Sie können natürlich auch anrufen. Man kann Bauteile im Vorfeld probeschweißen lassen. Wir besuchen dann vor Ort den Kunden und testen dort dann die Machbarkeit. Eine mehrwöchige Schulung, wie das bei normalen Industrierobotern ist, ist bei diesem Roboter-System nicht notwendig. Wenn der Kunde den Roboter gekauft hat, fahren wir fort hin. Es wird eine vierstündige Einweisung gegeben und dann können auch schon die einfachsten Teile von den Mitarbeitern geschweißt werden. Anders als bei Industrierobotern müssen wir diesen Roboter nicht einhausen, da er über seine imaginären Grenzen abgesichert ist und sollte er über diese Grenzen hinausfahren, ein Notstopp vorfällt. Optional bieten wir ein zweitägiges Intensivtraining an, wo dann die Schweißer bzw. die Anwender noch mal intensiver geschult werden und dann die Roboter-Schweißer machen. Nach dem Kauf des Kurbelners können Sie sich natürlich an unsere Außendienstmitarbeiter wenden, die alle Leerschweißer bzw. Schweißfachleute sind. Kommt es zum Servicefall, steht Ihnen natürlich unsere Serviceabteilung zur Verfügung. Der Roboter wird vom Werk aus mit einer selbstausgleichenden Montageplatte geliefert und kann so dann direkt auf einen Schweißertisch aufgeschoben, befestigt werden und ist dann einsatzbereit. Jetzt wisst ihr, wie kleine und mittelständische Unternehmen schneller schweißen und damit ihre Kosten senken können, wie viel man in einen Cowelder investieren muss, dass der Cowelder Schweißaufträge etwa zweieinhalb bis dreimal schneller erledigt als ein Handschweißer, wie sicher er ist und dass ihr ihn vor dem Kauf kostenlos testen könnt. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, dass die Investition in einen Schweißroboter ein Weg für kleine und mittelständische Unternehmen ist, um günstiger und auch schneller zu schweißen. Arbeitet vielleicht schon jemand von euch mit einem Schweiß- oder Industrieroboter? Teilt das Video mit Leuten, die sich fragen, wie sie schneller schweißen können, um ihre Kosten zu senken. Wir haben euch unsere Playlist zum automatisierten Schweißen und zu Schweißrobotern verlinkt. Und in diesem Video erfahrt ihr, was Schweißroboter der Zukunft können werden.